Hallo, in diesem Video geht es um die Altstimme von Wochenend und Sonnenschein. Starten wir gleich von vorne. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Zwei, drei, vier. Den Abschnitt gleich noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Zwei, drei, vier. Jetzt machen wir in langsamem Tempo in Takt 8 weiter. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gleich noch einmal in diesem Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt bitte in schnellerem Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir in langsamem Tempo in Takt 19 weiter. Ich spiele die Tenor- und Bassstimme in 19 mit Auftakt und dann eure Stimme in Takt 20. Das ist euer Startton. Das ist euer Startton. Eins, zwei, drei, vier. 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 Das machen wir gleich noch einmal. Das ist euer Startton. Eins, zwei, drei, vier, eins. Machen wir bitte ein paar Mal den Teil von 19 bis 22. Ich spiele die Tenor- und Bassstimme und dann immer eure Einsätze. Nochmal. Nochmal. Und einmal. Und einmal. Und einmal. In schnelleren Tempo bitte. Und noch einmal. Und noch einmal in dem schnellen Tempo. Jetzt machen wir noch einmal den ganzen Abschnitt von Takt 19 bis Takt 30 in schnelleren Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Macht bitte einmal nur Takt 41 und 42 in noch langsamerem Tempo. 1, 2, 3, 4. 2, nochmal, 3, 4. Einmal noch, 3, 4. 2, 3, 4. Und nochmal in Abtakt 35 in langsamerem Tempo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und den gleichen Abschnitt, Abtakt 35, schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir jetzt bitte einmal den Übergang in die Coda. Das bedeutet, wir starten in Takt 23 und singen dann bis einschließlich Takt 28 und springen dann zu Takt 43. Langsames Tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das machen wir gleich noch einmal. Langsames Tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und den Teil machen wir jetzt auch noch einmal etwas schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal das komplette Stück durchsingen ohne Unterbrechung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Erster Pausentakt, zweiter, dritter Pausentakt, vierter Pausentakt und zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Erster Pausentakt, zweiter, dritter, vierter. Und eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch geholfen bei der Erarbeitung von diesem Stück. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt bitte dem Video unbedingt einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für den Kanal da, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen wundervollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.